Lassen Sie uns gemeinsam die zahnmedizinische Diagnostik des 21. Jahrhunderts gestalten. Das Spannende an der dentale MATE ist, dass es ein nicht-invasives, nicht-ionisierendes Spannendes Verfahren ist, was sich zu allen zahnmedizinischen anderen Bildgebungsmodalitäten, die Etabletzen, unterscheidet und dass wir damit Kontraste erreichen und Gegebe visualisieren können, was normalerweise unsichtbar ist. Der Weg der Neuroradiologie in die zahnmedizinische Diagnostik ist der, der ist technisch möglich. Es war der Anspruch, das neue Verfahren der MATE für die zahnmedizinischen Anforderungen fit zu machen, wahnsinnig gute technische Innovationen umzusetzen, um am Ende das zu sehen, was in der Zahnmedizin gesehen werden muss. Und das zu erleben und daraus zu sehen, wie viele spannende und hilfreiche neue Anwendungen sich daraus ergeben, ist für mich die treibende Motivation, dieses Verfahren immer weiter zu entwickeln und damit für den Patienten immer gewinnbringender anzuwenden. Mein Ziel ist es, Ihnen näherzubringen, dass es noch mehr gibt als das, was Sie kennen. Es gibt mehr als ein DVD, es gibt mehr als eine Projektionsradiokopie. Zukünftig gibt es auch noch die Dental-MAT in der Zahnmedizin und dieses bringt Ihnen Vorteile, weil Sie mehr diagnostische Informationen haben und den Patienten mehr Therapiesicherheit und ein besseres Therapie-Outcome. Dieses mir Wissen zu beermitteln, ist das Ziel. Mein Name ist Tim Hildenfeld und ich bringe Ihnen alles bei, was Sie brauchen, um ein MRT zu indizieren, zu befunden und sinnvoll in Ihrer Praxis einzusetzen. Untertitelung des ZDF, 2020